Yo Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute spielen wir wieder The Witcher. Wir haben letztes Mal hier die Gegner besiegen können. Oh, im Glück bin ich nicht weitergegangen. Jetzt kommt die nächste Cutscene. Erstmal muss ich ihn beleidigen. Du erstaunst mich. Wie kann man sein Leben für eine Hexe vergeuden? Oh. Es gibt Dinge, von denen haben du und deinesgleichen keine Ahnung. Nämlich? Freundschaft. Sag mir, ist die Freundschaft von Verrätern und Verschwörern dies wert? Wovon redest du? Welche Herrscher? Zeit, dir die wahre Macht des Kaiserreichs zu zeigen. Oh ne, nicht nochmal fighten. Komm zingeln! Es lebe der Kaiser! Oh mein Gott, ich bin fast down. Ich bin down, ey. Was ist das denn? Das ist nochmal schwerer. Hier will ich immer nicht wieder so ewig dran hängen. Oh, nett. Na. Sagen. Natürlich. Du liebst sie. Darum riskierst du so viel. Aber du weißt nicht alles über sie. Wovon redest du? Deine Freundin und die anderen... Das wissen wir schon. Gelogen. Das glaubst du nicht? Triss stand treu zur Krone. Du Armleuchter. Tja, Brüste können einem wirklich den Verstand rauben. Ich bin nicht überzeugt. Das ist unwicht. Vielleicht kämpfe ich dann... Zeit, dir die... Da kommt man immer am Ende aufs Gleiche hinaus. Komm nicht weg. Das ist hier ja Ultra Damage. Erstmal will ich den... Bin ja One Shot. Naja, natürlich. Ich sterbe einfach. Durch nichts. Ich weiß nicht mehr, was mir Damage macht. Ich kassiere einfach die ganze Zeit Damage. Ich muss einfach... Dauernd ausweichen, damit ich überlebe. Ist das nervig. Egal, was ich hier nehme. Jetzt haben wir alle... Sachen durch. Mit einem Nordling bist du ja recht vernünftig. Deine Anerkennung ehrt mich. Sollte sie auch. Denn ich wiederum habe Informationen über sie, die dich interessieren dürften. Wovon redest du? Deine Freunde? Wo? Au. Und? In? Ich? Vielleicht? Zahn. Mann. Komm zingeln! Was? Nee, ne? Ist das dumm. Brenne einfach. Ja, das war's schon wieder. Wo kann ich denn hier noch hinfliehen? Oh, jetzt bin ich aber im Arsch. Ja, toll. Ich schaue es trotzdem tränken nicht. Kann doch nicht wahr sein. Aber ich will am Anfang gleich schnell weg, weil ich beim ersten Mal habe ich glaube ich einen Hit gekriegt. Nur weil ich das richtig gesehen habe. Jetzt gehen wir jetzt alles schauen. Geht alles aufs selbe hinaus. Und wenn ich dann aber schnell abhaue, weiche ich in irgendwen aus. Guck mal, jetzt mache ich nichts. Und guck mal, ich habe schon weniger Leben. Das Leben der Kaiser! Ich kann ihn nicht hitten. Das kann nicht sein. Macht überhaupt keinen Spaß. Ich muss so ein bisschen taktischer angehen. Eigentlich muss ich als erstes den Hauberer ausschalten. Dann die Armbuss-Schützen und dann die Kämpfer. Ich kriege ja nicht mal einen ausgeschaltet. Ach man. Das interessiert doch keinen Mann. Warum speichert das nicht? Direkt hier jetzt. Guck mal. Er weicht beim zweiten Mal aus. Das kann nicht wahr sein. Weg. Ich brenne nicht. Ich bin tot einfach. Was ist das denn? Ich check's nicht. Das macht gar keinen Spaß. Da hinten in die Ecke war ich ganz gut. Ach man, wie dasselbe hören. Ich dachte, ich hätte mehr Leben gehabt, eben. Oder wenn ich mir hier mehr Zeit lasse. Wenn ich mir da mehr Zeit lasse, ne? Hey, guck mal. Ich hab übelst den Hit abgekriegt. Instant. Und jetzt. Ich hab übelst den Hit abgekriegt. Und ich weiß nicht von wo. Da war ja nicht mal einer. Nervt das. Das war natürlich auch nicht so smart. Ich hab'n schon wieder vergessen. Ich hab'n schon wieder vergessen. Ich hab'n schon wieder. Bin tot. Es. Er ist low, der Zauberer, schon mal. Er ist One-Hit. Ja, natürlich trifft er mich. Wie denn auch sonst? Ja, wie denn auch sonst? Nein. Er aktiviert noch ein Schild. Was? Ja, Junge, da kommt man nicht weg, wenn man da gegen die Schilder läuft. Ich war noch gar nicht tot. Ach, Mann. Ich verstehe es nicht. Am Anfang kriege ich so übel viel Damage. Komm, da kann der nicht ausweichen und dann mit so wenig Leben kommt man so übel lange noch aus. Ja, ist das schön, dass ich schon in die reingelaufen bin. Ja, habt ihr das gesehen? Nee, guck mal. Mann, ich kann das nicht. Ich muss nach rechts ausweichen, aber da stand vorhin auch welche. Den ersten jetzt erstmal nach rechts ausweichen, behe ich. Weil ich habe ja gleich einen Hit von ihm gekriegt. Und dann war ich so im Rollen, bin auf den einen Zug, und von dem anderen habe ich voll die Armbrust ins Gesicht gekriegt. Und dann war ich One-Shot. Ah, wir sind Freunde. Nach rechts ausweichen, nach rechts ausweichen, nach rechts hinten ausweichen. Wo bin ich denn? Ich bin irgendwo ganz anders gespawnt. Ich habe einen Hit gekriegt. Hier hinten drin ist ganz gut. Kann ich vielleicht erstmal die beiden hier fertig machen, die hier kommen. Was? Mein Gott, ich bin down. Nein, ich kann das nicht mehr. Es gibt gute Teile, aber um zu flüchten. Die muss ich nutzen. Ich darf nicht so weit nach rechts. Irgendwie laufe ich schon die ganze Zeit dann. Ich laufe. Ich will ausweichen, aber ich laufe die ganze Zeit. Wenn ich da in dem Ladescreen bin, wo ich mich noch nicht sehe. Ich bin ja einfach in der Ecke gespawnt plötzlich. Und ich kassiere die ganze Zeit Damage. Diesen blöden Zauberer will ich als erstes. Guck mal, jetzt kann ich nur so ein bisschen laufen. Dann bin ich nämlich hier. Ja, und ich habe schon Damage kassiert. Was ist denn das für eine Scheiße? Guck mal. Ich bin schon fast tot. Nee, ich bin tot. Ich bin tot. Ich verstehe es nicht. Was ich falsch mache. Das macht alles Ultra Damage. Das Feuer von nebenher, der Schlag, die Armbrust. Alles. Ist ja nicht so, dass ich schon mal irgendwie ein Passdown hatte oder sowas, aber... Na gut, ich hatte insgesamt noch keinen gekillt. Guck mal, ich bin ja... Ich kann mich noch nicht mal bewegen und bin schon down. Guck mal, und er hier kann sich bewegen. Obwohl ich ihn genockt habe. Wo ist denn der Zauberer? Ja, der steht plötzlich genau hinter mir. Natürlich steht der hinter mir. Ja, und ich krieg von irgendwo wieder ein Pfeil ab. Ja, natürlich bin ich One-Shot. Nee, tot sogar. Es geht nicht. Was soll ich denn machen? Ich bin noch nicht mal... Ich bin noch nicht mal wieder... Also ich kann mich ja bewegen. Man muss sich wahrscheinlich auch die ganze Zeit bewegen, damit man da keinen Pfeil abkriegt. Aber ich bin noch nicht mal richtig in der richtigen Sicht und krieg schon ein Pfeil ab. Ich hab schon weniger Leben, als ich eh schon habe. Guck mal jetzt. Wo läuft der hin? Achso, weil ich kämpfe nicht drückt. Ich glaub, okay, das war mein Bett. Das war mein Bett. Und er hat dann wieder ein Pfeil-Shield. Jawoll. Dann werden wir mal einen down. Der erste. Aber guck mal, ich hab auch schon wieder Damage gekriegt. Ja. Cool. Während ich ihn getötet habe, bin ich gestorben. Es ist so dumm. Ich brauche jetzt im Schnitt zwei Folgen für ein Level, ne? Ist das dumm. Was soll ich denn machen? Dafür gefühlt nicht Art benutzen. Ich könnte, ne, ich konnte mich nicht bewegen. Ich hab gerade nachgeguckt. Ja, und dadurch krieg ich von irgendwo wieder Damage. Ja, und von... Er trifft auch wieder sein Scheiß-Ding. Ja, er ist down. Weg, 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 weg. Ja, genau, ins Feuer rein. Ja, dann krieg ich eine Armbrust ab. Na klar. Kommt her. Komm rein hier. Na weh, du bringst diesen Feuer-Typen mit. Er hat sich weggeleportiert sogar. Jawoll. Ja, was ist denn das jetzt hier? Er ist One-Hit. Der Zauberer hat sich einfach wieder hier entippt. Nein, 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 ich hole zwei. Jetzt war sogar der dritte schon. Ich hab drei gehabt. Und dann kommt dieser blöde Zauberer. Okay, das ist die Strat, da hinten reinzurennen. Einzuholen, dann da hinten reinzurennen. Da kann man die gut separieren. Aber immer dieses Gefasel hier nervt mich. Guck mal, jetzt kann ich mich nicht mehr bewegen und krieg einen Hit ab. Guck mal, ich hab schon wieder übel kassiert. Ja, und auch noch Feuer. Ja. So wird das nicht mal was. So wie ich es jetzt mache. Weil der Armbuss-Schützer hinten noch ist. Okay, der nächste Down. Aber jetzt muss ich auf den Armbuss-Schützen gehen. Ja, ne. Ich muss den Armbuss-Schützen holen. Dann die beiden da reinlocken. Und dann muss ich sehen. Weiß ich selber nicht, wie ich dann weitermache. Als erstes muss der Armbuss-Schütze da weg. Und der Zauberer wär eigentlich auch gut. Aber da weiß ich noch nicht, wie das gehen soll. Weil er sich immer weg teleportiert in die anderen Reihen. Guck mal, jetzt kann ich mich bewegen, jetzt kann ich hier hinten schon in die Ecke reinrennen. Aber jetzt? Okay, ne, das war gut. Hier ist kein Bogenschützer, das ist gut. Aber ich bin abgekriegt. Ne, ich hab jetzt schon keinen Bock mehr. Jetzt wohnt hier hinten. Ja, ich bin ja tot. Ich bin ganz vergessen gerade. Ja. Cool. Da war kein Armbuss-Schütze. Mann, da ist mein ganzer Plan nicht aufgegangen. Der Magier stand da. Lass die auch noch anders spawnen. Ich kann ja auch gar keine Vorbereitung treffen. Nur, ich hab persönlich das Falsche ausgewählt. Ich will immer das Erste einfach, dann kann ich die Maus da lassen. Guck mal, jetzt renne ich schnell weg, da hinten rein in die Ecke. Und ging nicht. Guck mal, und jetzt hab ich schon mal... Ja, das macht auch Spaß. Genauso wollte ich's doch haben. Er ist down. Er ist down. Ich darf jetzt nur nicht... Jetzt muss ich's locker machen. Uh, der nächste ist down. Bei dem anderen war nicht mal eine Animation. War cool. Der Feuermager kommt hier an. Der brennt da die... Nein. Ich muss hier den hier reinlocken. Okay, den haben wir. Aber jetzt brenne ich. Ist das dumm? Ich brenne wirklich. Der war einfach am Brennen. Wenn ich nicht gleich an der Armbuss sterbe. Er hat sich weg-TP'd. Ne, er ist wieder da. Ach, er healt sich. Er TP't sich da rüber, oder? Er ist One-Hit. Aber ich halt auch, ne? Er healt sich wieder. Nein. Ja, gut. Er soll sich mal heilen. Gott, das war close. Aber wenn er sich da immer heilt, hab ich keine Chance. Ja, ich bin down. Ach man, es war so gut. Es hat so gut begonnen. Er hätte auch den Zauber gehabt. Hätte er sich nicht immer heilen können da. Und dieser blöde Armbuss. Und ich hätte ihn gehabt, der hätte das Schild nicht einmal gehabt. Ich hab ihn auf den Boden geworfen und hatte das Schild. Das war echt ärgerlich. Ach, warum ist die Maus immer oben links? Ich will hier hinten reinlaufen. Geht nicht. Okay, da ist. Das ist so dumm. Bin down. Ist das dumm, dass ich da gegen vier kämpfe auf einmal. Und dann noch die beiden Armbuss schützen. Alle da. Ich war eben so gut. Der Zauberer hatte so ein Mini-Balken-Leben. Und die beiden Armbuss-Schützen, die sind ja dann egal. Gegen zwei. Schafft man das ja wohl. Weg. Der Armbuss-Schütze alleine, das ist immer eine gute Ausgangslage. Guck mal, nee, das ist die beste Ausgangslage. Ich stunne ihn und ich... Ich kann ihn nicht... Er ist nicht gestunnt. Wofür benutze ich denn dann meine Art? Na, guck mal, jetzt brenne ich schon wieder. Gleich. Was ist schon wieder? Na klar, macht er hier Feuer rein. Oh mein Gott. Bitte lass mich. Der ist... Der ist ein Armbuss-Schütze? Oder sind das alles Armbuss-Schützen? Was ist denn? Ich bin in One-Head. Ich bin in One-Head. Ich muss auf den... Der macht Feuer. Uh. Den krieg ich jetzt. So, warte mal, der Zauberer kommt sogar vorbei. Free. Nein! Nein! Der Däpfel, der Eingefrorene holt mich! Es kann nicht wahr sein. Was mache ich denn hier? Ich habe keine Chance. Mal, so schnell kann die gar keine neuen holen. So schnell wie ich klicke. Ja, und wenn es schon so anfängt... Ich habe zwei Hits bekommen, ne? Ich muss da hinten in die Ecke. Aber das Problem ist... Er hier ist halt ein Armbuss-Schütze, ne? Und der Penner kann sich heilen. Kann der Armbuss-Schütze mich so treffen? Durch den anderen durch? Der Feuermagier haut auf jeden Fall die ganze Zeit seinen Maid. Und ich habe gerade kassiert, oder? Hm, nice. Was macht er denn? Komm hier nicht weg! Komm nicht weg! Huch! Ja, also es macht so Spaß. Guckt euch mal... Ihr habt ihr das Leben gesehen von dem blöden Zauberer? Hätte er kein Schild? Mann! Es muss auch... Es muss auch die richtige, ähm... Spreng... Äh, ich spreche ihn nicht. Es muss auch die richtige Anordnung sein von den Leuten. Wenn da alleine der Armbrust-Typ steht, ist schon mal stark. Dann mache ich den weg. Dann kann ich die beiden... Ich bin single! Kann ich die beiden Dings holen? Ja, guck mal! Guck mal hier! Wie geil! Wie geil! Wie geil die 2 HP! Er macht übelle Laune gerade. Ja, ich brenne. Oh, geile Animation. Jaaaa! Er kann durch... Steine durch! Guck mal an, dieser Zauberer nervt so. Den kriegst du nicht down. Ich hatte ihn noch keinmal gekillt, oder? Ich hatte ihn schon mehrfach so low. Aber du kriegst diesen letzten Hit nicht hin, weil er andauernd dieses Schild hat. Und dann wirst du halt von den anderen auseinandergenommen, wenn du einmal gegen dieses Schild schlägst. Ja, dann guck mal mein Leben an. Guck mal, er ist nicht mal gestunnt. Ich bin ja tot. Fällt mir gerade auf. Es macht so Laune. Ich hasse es, diesen Armbrust, Heini. Wenn ich den stunne, der eine Armbrust in der Hand hat, und gerade auch das Schwert wechselt, ist der nicht gestunnt. Also fällt nicht hin. Das ist so dumm. Und immer wieder, dass die Maus oben links ist. Das macht mich fast noch aggressiver. Und... Er ist alleine da. Bitte schnell. Guck mal, nix. Oder? Und ich brenne. Ich brenne. Ich könnte schon wieder hier so ausrasten, ne? Ich bin tot. So gut wie. Guck mal mein Leben an. Solange dieser blöde Zauber mich jetzt nicht trifft, ist alles gut. Aber der wird mich jetzt sowas von weg machen. Ich muss eigentlich den Zauberer killen. Weg. Er zündet seinen eigenen Typen an. Solange er mich nicht anzündet. Nein. Der brennt nur noch, der Typ hier. Ja, und jetzt hittet er mich. Mann! Das kann nicht wahr sein. Ich muss diesen Zauberer... Ich geh jetzt als erstes den Zauberer. Ist mir egal. Ich geh jetzt einfach so doll auf den Zauberer. Ist mir ganz egal, was passiert. Erstmal ausweichen, dass die mich hier nicht treffen. Da links steht keiner. Die stehen alle da. Und dann sollen sie mal herkommen. Ich hole mir jetzt den Zauberer. Ja, ich bin down, aber... Guck mal! Das scheiß Schild! Das scheiß Schild! Im Fallen macht er das an! Weil er genau wisst, dass ich ihn holen würde. Geht dann dieses blödes Schild an. Und dann schlage ich da einmal gegen. Und dann bin ich da so ein Dolly, der so gegen das Schild geschlagen hat. Und dann war's das. Ich... Wo bin ich denn hier? Hallo, was ist da denn? Junge, die beiden nehmen mich aber auch komplett auseinander. Da wollte ich nicht mal hin. Junge, die hauen noch weiter auf mich drauf. Ich habe echt keinen Bock mehr. Ich wollte nur vor dem Feuer nach rechts ausweichen. Und dann stehen da die beiden Schilder. Und da kommst du halt nicht weg, ne? Ich... Ja! Haha! Ist das geil! Guck mal! Zwei Treffer! Ach herrlich! Herrlich! Ja, und noch einer! Ach, er ist nicht mal gestunt. Ja, kannst du schon wieder vergessen? Ja, ich weiß nicht von woran. Uhuhuhu! Ja, das macht richtig Laune gerade. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Diese Armbrustschützen in Verbindung mit dem Zauberer und den Nahkämpfern. Macht mich kaputt. Und ich war einmal so gut dabei, ne? Ja, es war nur noch der Zauberer und zwei Armbrustschützen da. So. Okay, ich geh hier hinten rein wieder. Der Zauberer kommt mit. Ja, natürlich hat er sich ein Shade Girl besorgt. Und der ist nicht mal angezündet, so ein Mende-Kicken hier. Ich kann den Zauberer holen, wenn ich gut performe. Weil der healt sich halt auch, ne? Komm her. Erstmal hole ich ihn hier. Es lebe der Kaiser! Er ist wirklich One-Hit. Nein! Nein, nein, nein! Was mache ich? Was mache ich? Mann, ich wollte nicht mehr Art benutzen, weil ich dachte, er ist eh One-Hit. Einen letzten Versuch noch. Das war so eine gute Aufstellung. Doch, man. Jetzt muss das alles wieder durchklicken. Aber mich macht eigentlich noch aggressiver der Zauberer. Weil er sich immer dann so ein Schild besorgt. Auf jeden Fall ist hier einer. Ja, und ich habe jetzt schon wieder Low-Life. Guck mal, nix! Keine Blockade. Wieso fällt der in Slow-Motion? Ich kann das nicht. Ich beende hier die Folge. Nächste Folge mit neuer, guter Laune. Wenn wir es nochmal probieren. Aber heute wird das nichts mehr. Wir sind nicht viel weiter gekommen. Wir haben ein paar kleine Gespräche führen können. Aber der Zauberer war zu stark. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. ein Abo da. Und wir sehen uns das nächste Mal. Haut rein. Ciao, ciao.